Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Garage. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In dieser Folge seht ihr, wie ich versuche das Fahrzeug zu starten. Mal schauen, ob es läuft. Also seid gespannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann war es das mit diesem Video. Wie ihr seht, er läuft noch. Probefahrt war alles in Ordnung, keine Probleme festgestellt. Ich habe jetzt noch einen neuen Auspuffkrümmer bestellt, weil der hat ja einen Riss und den will ich dann irgendwann noch ersetzen. Mal schauen, ob es darüber dann auch noch ein Video gibt. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, gebt noch einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.